Hallo ihr Lieben! Bevor es jetzt gleich ins Video geht, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jana und ich bin deine Ansprechpartnerin, wenn es um den Hühler geht. Du kannst direkt bei mir bestellen und natürlich wirst du perfekt beraten. Ich habe einen Hühler-Instagram-Account. 24-7 bin ich dort erreichbar. Wenn du kein Instagram hast, gar kein Problem. Kontaktiere mich auf info.janahartmann at gmail.com und auch da bin ich jederzeit erreichbar, um eure Anfragen zu beantworten. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß beim Video! Er ist da, der Hühler-EST-Defender, ihr Lieben. Der Hühler, der den Hühler-EST ablöst. Ihr könnt jetzt ab sofort den Hühler-EST-Defender bestellen und ich möchte jetzt mit euch ein Unboxing machen. Ich möchte euch zeigen, was ihr für den Preis von 2.095 Euro alles bekommt, was er mehr kann und was er besser kann. Das alles zeige ich euch jetzt und wir machen jetzt einfach mal schnell ein Unboxing. Wenn ihr den Hühler-EST-Defender bei mir bestellt, bekommt ihr ein Päckchen mit diesen zwei Paketen drin. Das eine ist der Hühler-EST-Defender, das andere ist die tiefen Elektrobürste Ventus. Wir packen den Hühler-EST-Defender aus und ich bin selbst so sehr gespannt. Und den neuen Hühler-EST-Defender. Und so sieht er aus. Auf den ersten Blick denkt man, hm, sieht der wirklich anders aus wie der Hühler-EST? Ich zeige euch warum. Hier an der Seite öffnet man ihn und dann hat man das Herzstück in der Hand, den Motorkopf mit der Separatorenschraube. Und das ist das erste, was man gleich sieht. Die Separatorenschraube ist jetzt rot. Es ist aber nicht nur eine Farbveränderung, sondern natürlich auch eine enorme Verbesserung. Wir haben noch mehr Stellen hinterm Komma bekommen. Wir hatten eine Frischluft, die hinten rauskam, getestete Frischluft von 99,997%. Mit dieser neuen Separatorenschraube haben wir jetzt fünf Neuner hinter dem Komma, also 99,99997%. Da auch nochmal eine Verbesserung. Wir haben eine noch bessere Keramikbeschichtung. Keramik ist nach Diamant der härteste Stoff der Welt und so setzt sich nichts auf der Oberfläche ab. Das ist sehr, sehr wichtig für einen Motor, dass er nicht in Unwucht gerät. Er hat dadurch eine längere Lebensdauer, weil die Motorenlager intakt bleiben. Wir haben also hiermit wirklich ein Gerät, ein Luft- und Raumreinigungssystem, was sich nicht verbessern lässt. Ich wüsste nicht wo. Und ihr habt hiermit das beste Gerät. Wir sind Marktführer, das beste Gerät, was es gibt. Ich zeige euch jetzt den Umfang. Wir haben hier einen Wasserbehälter. Auch das unterscheidet den Hühler von vielen, vielen anderen Geräten. Wir haben nämlich einen herausnehmbaren Wasserbehälter. Der lässt sich ganz schön trennen vom Motorkopf und aber auch von unserem Rollbrett. Das heißt, wir haben hier eine sehr einfache Handhabung. Wir gehen einfach mit dem Wassereimer, der sehr, sehr leicht ist, unter den Wasserhahn, füllen bis zur Markierung 4 Liter Wasser ein, klicken ihn ein in unser Rollbrett. Einfach eingeklickt, Hebel nach vorne, Motorkopf drauf. Man hat hier schöne Einkerbungen. Das sieht man toll, wie man ihn dann einfach draufstellen muss. Klick. Wir haben eine Kindersicherung. Die ist hier. Das bedeutet, nur wenn der Hühler den Kontakt, also der Motorkopf, den Kontakt mit dem Eimer hat, dann lässt er sich anschalten. Wenn er jetzt so auf dem Boden stehen würde, lässt er sich nicht anschalten. Was super wichtig ist, weil wir haben diese Separatorenschraube, die sich übrigens so schnell wie ein Ferrari 280 Kilometer pro Stunde 25.000 bis 30.000 Mal in der Minute dreht. Und das soll sich natürlich nur drehen, wenn er auch komplett zusammensteht und deswegen die Kindersicherung. Ihr habt gesehen, wir schließen den Hebel in der Mitte. Wir öffnen ihn an der Seite. Das ist das Herzstück. Das ist unser Hühler EST Defender. So, jetzt haben wir den Hühler EST, so wie er da ist, als Luftreiniger. Ihr wisst aber, es ist ein Luft- und Raumreinigungssystem und deswegen ist natürlich in diesem kompletten Set für 2.095 Euro noch mehr enthalten. 2.095 Euro ist der Preis für Deutschland. Für Österreich ist er nochmal ein kleines bisschen anders. Da kostet er 2.140, aber wenn ihr mich kontaktiert, egal aus welchem Land ihr kommt, werdet ihr euch dann die Preise nennen. Es ist immer nur ein ganz kleiner Unterschied. Das hat natürlich auch mit dem Versand zu tun. Wir haben zwei Klickrohre dabei, ihr Lieben, weil wir eben nicht nur einen Luftreiniger haben, sondern auch ein Reinigungssystem. Und das machen wir jetzt mit wenigen Handgriffen aus dem Luftreiniger ein Reinigungssystem. Ihr habt natürlich eine wunderbare Gebrauchsanweisung dabei, wo auch nochmal alles erklärt ist. Ihr habt meine Videos, ihr habt meinen direkten Kontakt und ihr habt eine Gebrauchsanweisung. Und es ist wirklich gar nicht kompliziert. Da kommt ihr ganz schnell dahinter, was ihr für was braucht. So, einmal den Deckel hier hochheben und das ganze Zubehör, was wirklich enorm ist, was alles dabei ist, in diesem Preis herausholen. Und dann kann ich nämlich mal den Karton vom Tisch machen und euch das alles ganz genau zeigen. So, wir machen aus unserem Luftreiniger jetzt einen Staubsauger. Einen Staubsauger nur, indem ihr ihn ersetzt durch euren alten Trockenfilter. Rausschmeißt, Trockenfiltersysteme, ihr Lieben, müssen raus aus den Haushalten. Der Hühler muss einziehen. Nur, indem ihr ab sofort mit dem Hühler anstatt mit eurem alten Trockenfilter saugt, habt ihr nach vier bis sechs Wochen eine Staubreduktion von 80%. Ihr macht ganz einfach einen Staubsauger draus. Ihr habt die Klickrohre. Alles wahnsinnig tolle, hochwertige Materialien. Ihr könnt auf meinem Instagram-Kanal mal vorbeischauen. Da wird gezeigt, wie die in Slowenien hergestellt werden. Ganz viel Handarbeit. Menschen, die schon seit 30 Jahren in der Firma arbeiten und so ein Schlauch zum Beispiel, wie der hergestellt wird. Ich glaube, acht verschiedene Menschen sind an so einem Schlauch dran. Ganz hochwertiges Material. Ganz, ganz viel Handarbeit. Jetzt habt ihr verschiedene Aufsätze und natürlich eine Saugstange. Ich packe einmal alles aus. Und jetzt machen wir mit wieder ganz kleinen Klicks aus unserem Luftreiniger einen Staubsauger. Und zwar nehmen wir die Lärmschutzkappe ab. Die kann man beim Luftreinigungsmodus drauflassen. Dann ist er ein bisschen leiser. Er ist aber kein lautes Gerät. Staubsauger liegen zwischen 70 und 90 Dezibel in der Lautstärke. Und wir sind ungefähr bei 75 Dezibel, also eher ein leises Gerät. Aber haben die Möglichkeit, ihn im Luftreinigungsmodus nochmal ein bisschen leiser zu stellen. Es empfiehlt sich aber auch, rauszugehen bei der Luftreinigung aus dem Zimmer. Einfach, weil er sich einen Luftstrom aufbaut. Und den sollte man nicht ständig durchbrechen. Dann habt ihr mit einem Klick, zack, aus dem Luftreiniger einen Staubsauger gemacht. Ihr habt den Schlauch jetzt drin. Und dann könnt ihr natürlich die Klickstange dran machen, dass ihr auch schön bequem rückenschonend saugen könnt. Und die umschaltbare Bodendüse dran. Zack, jetzt habt ihr einen Staubsauger. Umschaltbare Bodendüse ist, glaube ich, selbsterklärend. Könnt ihr dem Untergrund anpassen. Ihr könnt hier ganz toll alle Böden, Teppiche saugen. Aber fürs Teppichsaugen habe ich nachher noch was ganz Spezielles. Dann habt ihr aber nicht nur den Staubsauger, die Staubsaugerstange im Lieferumfang dabei, sondern ihr habt ganz viele tolle kleine Zubehöre. Und zwar haben wir zweierlei Bürsten. Einmal haben wir eine Kleiderbürste aus Kunsthaar. Sehr robustes, starkes Kunsthaar. Da kann man schön Dinge absaugen und rubbeln, die vielleicht so ein bisschen hartnäckiger verschmutzt sind. Dann haben wir eine ganz schöne weiche Möbelbürste aus Echthaar. Damit kann man ganz toll abstauben. Auch Dinge, wo man jetzt eigentlich total aufpassen müsste, wie zum Beispiel Bilderrahmen oder Musikinstrumente oder ganz, ganz sensible Dinge. Kann man ganz toll mit dieser zarten Echthaarbürste abstauben. Dann haben wir die Fugendüse. Die kennt, glaube ich, auch jeder. Gerade beim Autosaugen ist das super. Zwischen den Sitzen kommt man toll hin. Aber, und das ist wirklich ein Riesenhighlight, was kein normaler Staubsauger hat, das ist die Blasdüse. Die Blasdüse könnt ihr auch einfach draufdrehen. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist einmal den Schlauch hinten reinstecken. Wir, das erkläre ich euch später noch, aktivieren den Turbo. Wenn man einfach nur hier anschaltet, dann hat man einen Luftreinigungsmodus. 1,6 Kubik in der Minute reinigt er gemütlich die Luft. Bei unserem kleineren Schlafzimmer reicht die 35 Minuten Luftwäsche und wir haben einmal komplett die ganze Luft ausgetauscht. Wir haben, ihr Lieben, also die Möglichkeit, wenn wir hier den Schlauch reinstecken oder wir können es auch manuell betätigen mit dem Finger, einen Turbo zu aktivieren. Wir aktivieren den Turbo und dann geht die Luftwäsche oder eben auch beim Saugen in einen höheren Modus. Dann der Saugmodus oder der Turbomodus bei der Luftwäsche, 730 Watt übrigens, sehr stromsparend, dieses Gerät. Verliert aber nie an Saugkraft, weil wir keine Filter haben, außer dem Wasser. Also stromsparend und eine enorme Kraft. Und in dem Moment, wenn wir den Turbo aktivieren, also entweder manuell in der Luftwäsche oder den Schlauch hineinstecken, haben wir die höchste Leistung. Beim Blasen machen wir das so, dass wir es entweder mit dem Schlauch machen, also jetzt einschalten, Schlauch rein, es ist aktiviert, es ist auf höchster Stufe. Dann ziehen wir den Schlauch, während das Gerät an ist und stecken ihn einmal hinten rein. Natürlich das Gitter vorher abnehmen. Und dann haben wir die Blasfunktion. Und die Blasfunktion ist unglaublich fantastisch. An Stellen, wo ihr überhaupt nicht reinkommt, wo ihr nicht saugen könnt, wie zum Beispiel eure Heizkörper. Man sollte immer wieder die Heizkörper befreien von dem Staub, von dem Dreck, dass sie auch richtig arbeiten können. Deswegen ist das Auspusten wirklich gigantisch. Ihr könnt aber auch zum Beispiel die Laptop-Tastatur auspusten oder im Auto unerreichbare Stellen auspusten. Ganz oben auf Schränken alles auspusten. Wichtig, dabei sollten keine Kinder oder Tiere im Raum sein. Ihr am besten eine Maske aufhaben und danach sofort aus dem Raum gehen, die Turbo-Luftwäsche anmachen und alles einsaugen lassen. Genau, das ist die Blasfunktion. Werde ich euch aber in einem extra Video noch genauer erläutern, was man damit alles machen kann. Dann haben wir auch noch, wir sind immer noch bei den 2.095 Euro, die Polsterdüse. Ganz, ganz toll, um Nässe herauszusaugen. Und das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Mit dem Hühler kann man nicht nur trocken Dinge aufsaugen, sondern ohne irgendetwas verändern zu müssen, könnt ihr mit dem silbernen Schlauch, wir haben hier Markierungen, verschiedene Farben, mit diesem silbernen Schlauch könnt ihr sowohl nasses als auch trockenes aufsaugen. Also wenn mal was runtergefallen ist, ein Glas Milchenglas Wasser oder was ausgeschüttet wurde, vielleicht sogar auf dem Teppich oder auf dem Sofa, könnt ihr einfach hiermit das Wasser oder die Flüssigkeit wieder raussaugen. Toll, dass das durchsichtig gemacht wurde, weil man sieht richtig, wie das Wasser hier durchfließt. Zwei Aufsätze haben wir auch hierfür, einen Bürstenaufsatz, weil wenn es Flecken sind, kann man hier noch schön rubbeln, gleichzeitig damit den Fleck bearbeiten. Das kann man draufklicken oder man nimmt es nicht als Wasser-Raus-Ziehdüse, sondern man nimmt es mit diesem Aufsatz zum Beispiel als Gardinen-Absaugdüse, weil dieser Aufsatz verhindert, dass ihr irgendwas einzieht, wie jetzt zum Beispiel die Gardine, dass die Gardine hier mit reinrutscht. Wenn ihr das drauf habt, kann nichts eingezogen werden und trotzdem schön abgesaugt werden. Ich muss immer gucken, welche Seite. So rum ist es draufgeklickt und dann kann man schön absaugen. Und das, ihr Lieben, sind die Teile, die im Starter-Set, ich möchte nicht Starter-Set sagen, weil ihr könnt hier so viel mehr machen wie nur starten, in diesem Set des Hühler-EST-Defenders dabei ist. Jetzt haben wir aber uns nicht lumpen lassen und haben gesagt, warum sollten wir euch nur einen Luftreiniger und einen Staubsauger geben? Wir möchten euch gleich von Anfang an auch die Tiefenreinigung mitgeben. Und die Tiefenreinigung passiert mit der tiefen Elektrobürste Ventus. Und das, ihr Lieben, macht uns zum Marktführer, macht uns unschlagbar, auch alleine der Luftreiniger schon. Aber die Ventus wird einfach so gefeiert und zu Recht, weil hier haben wir jetzt die Tiefenreinigung. Mit einer ganz speziellen Rütteltechnik können wir aus der Tiefe alles rausholen, aus Matratzen, aus Teppichen, aus Polstern, aus Kissen, holen wir aus der Tiefe den ganzen Schmutz raus, die Milben raus, Milbenkot, Milbeneier, der ganze Dreck, der mit der Zeit reingesessen oder reingetreten wurde in die Materialien, können wir mit der tiefen Elektrobürste fantastisch rausholen. Ich zeige sie euch. Hier ist sie. Eine wunderbare Investition, die wir hier getätigt haben in unsere Gesundheit und in unsere Reinheit. Ihr wisst, wenn ihr mich kennt, dass ich hier nicht so der Putzteufel bin, der jeden Tag mit dem Staubwedel durchs Haus gerannt ist und jetzt muss ich es nicht mal mehr, weil der Hühler alleine, dass ihr den Hühler einziehen lässt und nicht mehr trocken saugt, verbessert eure Raumluft, eure Atemluft und die Reinheit so sehr, weil alles gebunden wird im Wasser. Ihr habt nur noch Wasser als Filter. Wir machen es wie die Natur. Die Natur wäscht sich immer wieder sauber, drückt die ganzen Partikel auf den Boden und schwemmt sie weg. Und so können wir das mit dem Hühler machen. Wir gehen in die Tiefe mit dieser Elektrobürste, ihr Lieben. Die Elektrobürste, die eine ganz, ganz spezielle Rütteltechnik hat, alles nach oben klopft. Ihr seht auch, wie da die Staub- oder die Dreckpartikel wirklich hüpfen und dann holt die Ventus sich alles aus den Materialien raus. Hier haben wir natürlich auch wieder Klickrohre dabei und weil die Tiefen-Elektrobürste mit Strom arbeitet, haben wir hier alles in Rot markiert. Das darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Außer wenn ihr es reinigen möchtet, da aber bitte mein Reinigungsvideo beachten, weil da muss man bei dem roten Schlauch, bei den roten Klickrohren wirklich einiges beachten. Aber nicht kompliziert. Der Schlauch wird eingeklickt, danach die zwei Klickrohre und dann kommt es in unsere Tiefen-Elektrobürste und dann könnt ihr wirklich in die Tiefe arbeiten. Unfassbar, ihr Lieben, wenn ihr noch nie Matratzen gereinigt habt, was da rauskommen wird und vor allem unbedingt dann regelmäßig machen. Ihr habt hiermit mit unserem Hühler Luft- und Raumreinigungssystem einfach den besten Partner an der Hand, um endlich aus der Luft den ganzen Feinstaub rauszubekommen. Man muss umdenken. Es ist wirklich so, dass wir ganz lange dieses Bewusstsein nicht hatten. Jeder weiß, es gibt Staub, aber unser Auge erkennt nur 3% Feinstaub und wir haben unglaublich viel gefährlichen Feinstaub in unseren Räumen und da müssen wir einfach handeln mit der Luftreinigung, aber natürlich auch dieser Dreck, den wir in der Tiefe haben und gerade in Matratzen und Sofas und Polstern ist es enorm und jedes Mal, wenn wir draufklopfen oder uns draufsetzen, geht das auch mit in die Luft. Also denkt dran, unbedingt auch die Tiefe zu reinigen. Die Ventus Tiefenelektrobürste ist auch in diesem Set enthalten und nicht zu vergessen und zu unterschätzen, eine klitzekleine Fernbedienung, die sich an jeden Schlauch dran machen lässt. Mit dieser Fernbedienung könnt ihr ohne euch zum Gerät zu bücken, an- und ausschalten, die Tiefenreinigung zuschalten oder auch den Luftreinigungsmodus auf eine 100 Watt Stufe, auf eine Medizinierstufe runterschalten. Eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, hier auch nochmal weiterzudenken. Rückenschonend, gemütlicher, praktischer und die, übersehen viele, steckt an der Ventus Tiefenelektrobürste. Also die kommt ja mit, hat jeder dabei, könnt ihr dann hier ranstecken, könnt ihr aber auch auf euer silbernes Rohr stecken und könnt ihr, wenn ihr ein Zubehör kauft, wie zum Beispiel der Nimbus Nassreiniger, auch auf diesen Schlauch stecken. Also da wurde auch wieder mitgedacht. Ihr Lieben, das ist das Starter-Set des Hühler EST Defenders. André wird das jetzt nochmal kurz für euch abfilmen. Ihr Lieben, jetzt habt ihr mal den kompletten Lieferumfang gesehen. Was ich vorher noch ganz vergessen habe zu erwähnen, wir haben ein sehr, sehr langes Kabel, 7,5 Meter, manuell aufrollbar, weil wir natürlich möchten, dass ihr absolut keinen Reklamationsgrund habt. Wir haben ein Gerät, das auf 20 bis 25 Jahre ausgelegt ist. Wir haben eine wahnsinnige Technik, ein Ecomagnetmotor, der Motor, der auch in Elektroautos drin ist, die gleiche Technik, ein unschlagbares Gerät. Dass ihr lange, lange zufrieden seid, 20, 25 Jahre, den Hühler an eurer Seite habt, dafür haben wir gesorgt, mit dem besten Produkt und ich möchte euch den besten Service garantieren. Ich garantiere euch, dass ihr auch zu den 2095 Euro noch ein ganz tolles Angebot bekommt. Kontaktiert mich gerne deswegen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt darfst du mich direkt kontaktieren. Du findest alles in der Infobox, entweder auf Instagram oder per Mail. Ich freue mich auf deine Anfrage. Bis dann. Ciao.